Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Anfang November und schon wieder an die Weihnachtsgeschenke denken. Wir finden ein bisschen Farbe in dieser grauen Novemberwelt nur gut und haben ihnen darum einen dicken Katalog mit den schönsten Spielwaren, die zuzeit erhältlich sind, zuschicken lassen. Wie immer haben unsere Einkäufer grosse Ansprüche an die Qualität des Spielzugs gestellt und neben der Innovation und der neuesten Technik auch die Sicherheit dieser Spielwaren hoch bewertet. Das Ergebnis? Eine Fülle von Wunschträumen, die bald einmal wahr werden können. Jetzt werden eure Wünsche wahr. Dank dem neuen Spielwarenkatalog von GOP geht vielleicht noch ein weiterer Wunsch in Erfüllung, nämlich eine vier-tägige Reise nach Paris ins Eurodisney. Wer nicht zu diesen drei glücklichen Familien gehört, hat 97 weitere Gewinnchancen. Mitmachen lohnt sich also. Jetzt aber zu einem ganz anderen Thema. Frische Teigwaren wie hausgemacht kommen Sie bei GOP unter der Marke Tretör über. Es gibt es als Ravioli und als Tortelloni und je nachdem, wie Sie es lieber haben, mit Fleisch, Käse und Ricotta-Spinatfüllung. Jetzt gibt es zwei neue Sorten, Tortelloni Rossi und Tortelloni Tricolori in feinster Tretör-Qualität. Dazu drei verschiedene Tretör-Soßen nach italienischem Originalrezept. Bolognese mit köstlichem Rindfleisch, Carbonara mit saftigem Schinken und Pesto mit frischem Basilikum. Wir haben auch heute den Ceggy Donuts, den Küchenchef aus dem Restaurant Scala in Zürich, gebeten, uns eines von seinen raffinierten Rezepten zu verraten. Grüezi miteinander. Heute möchte ich Ihnen Tortelloni Tricolori Carbonara-Soße mit Baumnusskern und Pecorino-Käse vorstellen. Ich packe den Baumnusskern fein und reibe den römischen Pecorino-Käse. Ich füge den Baumnusskern den Soßen, die sie untereinander machen. Ich füge den Pecorino-Käse auch in dieser Soße und füge sie kurz auf. Ich nehme die Tortelloni aus dem gesalzenen Wasser und füge sie in dieser Soße. Beifüge. Einen guten Miteinander. Auch das Rezept vom Ceggy Donuts kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen. Überraschen Sie doch Ihre Familie oder Ihre Gäste. Nächstens einmal damit. Als Präsentatorin vom GOP in Forama kann ich es mir natürlich nicht leisten, dass die Stimme versäht. Schauen Sie doch gerade mal, was man in solchen Fallen dagegen machen könnte. Tja, wenn Stimme versäht, weil der Halsrauch ist, nimm Wichsblau. Wirkt im Hals. Extra frisch. Tja! Wichsblauhalsbonbon. Natürlich auch ohne Zucker. Wichsblau. Etwas vom Beste zur Pflege von empfindlichen Hals. Auch andere Körperstellen können ein bisschen empfindlich sein, besonders in den ersten Lebensmünagen. Die neue Fixis. Tolle Windel, toller Preis. Fixis, die neue Exklusivmarke bei GOP. Eine Höslewindel für die verschiedenen Entwicklungsphasen Ihrem Baby, die auch von Ihrem Preis her überzeugt. Ja, und um die Preisleistungen geht es auch im nächsten Beitrag. Hier ein paar Aktionsangebot. 500 Gramm Chicoré kostet bei GOP nur 2,10. Und 100 Gramm Emmentaler Mild gibt es offen oder verpackt für nur 1,50. Drei Paket Kampelibratzeli gibt es für nur 6,35. Ausserdem offerieren wir Ihnen diesen warmen Damenpullover aus Lambswool und Angora für ganze 49 Franken. Zum Abschluss des heutigen Inforama möchte ich Ihnen noch zwei Neuheiten vorstellen. Das neue Schweizer Schockegefühl heisst Arnie Sprint. Arnie Sprint ist ein feiner Snack für süße Pausen. Es gibt ihn in vier verschiedenen Sorten Amand, Praliné, Peanut und Blanc mit weisser Schocke. Eine weitere Neuheit kommt aus der GOP-Bachstube, wo unsere Bäckermeister ein aussergewöhnliches Brot entwickelt haben. Neben Rauchmehl und Vollkornmehl enthalten das schmackhafte Brot auch Vollreismehl und zeichnet sich ausserdem durch einen hohen Anteil an Nahrungsfasern aus. Das neue Vollreisbrot GOP ist also nicht nur geschmacklich ein Aufsteller, es ist auch gerade noch gesund. Mit diesen Neuheiten bin ich am Schluss des heutigen Inforama. Heute in der Woche geht es dann weiter mit einer Reihe von Informationen, die vor allem die jungen Mütter unter Ihnen interessieren dürften. Bis dann, auf Wiedersehen und einen schönen Abend.